Ja, servusle, heute gibt's nach langer Zeit mal wieder ein FIFA-Video. Und zwar zeige ich heute ein paar Runden gegen einen guten Kumpel aus Schulzeiten, nämlich gegen den Flow. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ist die Mannschaft schlecht genug? Ja. Ja. Und ich suche mir noch eine gute. Äh, ja. Also ich muss generell eine schlechtere Mannschaft spielen, weil der Flow nicht so erfahren ist. Aber das ist völlig okay. Nur 5000 Spielstundenunterschied zum Hogi. Zack, zack. Da, guck dir das an, was ein Traumplay. So wunderschön, da geht ne einer ab. Und er schießt und... So gehalten vom Torwart. Hogi kommt nie zum Schuss. Alter, du bist grad immer nicht selber drüber gestolpert. Zack. Mach es. So ein Sau, ey. Diese Kiste, der ist so breit. Sie sind geduldig. Der Herz gibt dir vielleicht die Chance. Holy shit. Holy good at the boy, my. Was für ein Ding? Ja, lauf, dumme Sau. Alter, das war kein Foul. Das war ein Rätscher, das war totalst. Egal, lass ihn liegen, spiel weiter, spiel da weiter. Nee, er humpelt immer noch. Er läuft. Er läuft raus. Ich kann ihn nicht mal anspielen. Kann ich nicht weg. Wieso humpelt der immer noch? Guck mal. Ja, der läuft da ins Aus, der läuft da ins Aus, der läuft da ins Aus. Gogi, dein Spieler, sitzt du mal aus, will ich nicht mal auswechseln? Der sitzt da. Ach nee, der sitzt da. Der sitzt da einfach. Für ein Pisser. Aber als Verweigerung. Ach, jetzt kann er weitermachen, ohne Behandlung. Was? Guckt ihr denn an? So ein Simulant. Da ist er, nochmal Foul. Da, guck mal, was er für ein Pisser spielt. Verweiger, Verweiger. Überlagen, Torverweiger. Und jetzt macht er einen Kopfball, pass auf. Ist man auch verletzt? Kann das sein? Alter. Dann kam ein Tor aus dem Nichts. War nicht geschaffen, danach. Bein, er musste pissen, hat das Bein hochgehoben. So sah das aus. Da ist er, bring ihn nochmal um. Paulin. Oh, ich schießt das Tor. Alter, der hätte fast ein Tor geschossen mit seinem kaputten Bein. Passgenauigkeit 87%. Hallo. Ich sehe Regen, wenn ich in deine Augen gucke. Alter, da ist er mal, und er macht das drauf. Oh, das war Pizzi. Das war der Beste überhaupt. Vitor Bruno. Vitor Bruno. Mit dem Doppelpass. Chris. Jetzt sieht er Vitor Bruno. Machado. Machado. Chris. Wieder zurück auf Machado. Da kommt der Pass auf Außen. Der Pass auf Machado. Nein. Der ist unaufhaltbar. Der Pass, und der Schuss, und das Tor. Es ist das Team, also. Das Team ist einfach zu overpowered. Nein, der war abgefälscht. Ach, schon wieder der. Der ist der beste Spieler. Ich wechsle den nicht aus. Guck ihn dir an. Zack. Ich will die Nummer V in der Welt, geht nicht. Ziehe dir den Schuss. Nee, jetzt guck ihn nicht hin, bitte. Ziehe dir den Schuss nicht rein. Ups. Fade. Jetzt müssen wir aufpassen. Hui. Er spielt den Pass zurück. Zack. Jetzt kommt der Schuss. Warum hab ich gerade Luftfahrt gemacht? Weil du blöd bist. Warum schießt du den Ball uns auf? Weil ich blöd bin. Guck, dass wir das nicht mehr hat haben. Ein Fußgespräch. Boah, da ist er unaufhaltbar. Oh, nein. Aber der Zug rollt weiter. Der Zug will jetzt. Der Ball kommt. Der Hogi Express. Ah, fuck. Das ist langsam eine Demonstration. Sondergleichen. Der Hogi hat einfach Fingerfertigkeit. Da hat er sich jede Nacht mühsam handeln. Da kommt der Piss. Los wird doch nix. Jetzt ist der Gegner Ball. Boah, was ein Flanken weg. Nein, scheiße. Oh, der nimmt den so schön alles auf. Was Freistoß. Geh nach Hause, Schiri. Den zerkratze ich seinen ganzen Drecks Dreierbind. Oder was fahren die Italiener? Fiat Punto. Dann Fiat Punto. Oh, klasse. Den Spiele mit der Hacke. Bester Torwart der Welt. Guck, was er kann, was er kann. Was er kann. Das war ein Witz, ne? Aber die Abwehr stimmt heute in meinem Team. Ja, 3-0. Wenn es sonst auch nix stimmt, aber die Abwehr. Die Abwehr hat echt nichts zugelassen heute. Nein. Also 1, 2, 3, 4. Der Sturm ist beschissen. Mittelfeld geht zu. Aber Abwehr, top. Der Tor ist halt scheiße. Deshalb fallen die Tore. Ja, der Tochter. Gut. Das war Partie Nr. 1. Dann drück ich wieder dreimal auf. Auf Zufall. Nein? Zu gut? Okay. Deal? Ja. Alles klar. Ich hab meine Mannschaft gefunden. Ich brauch italienisches Temperament. Du wär mein Lieblingsmannschirm. Du wär. Alter, was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Drogenjunk. Wie so ein Dealer. Korrekt. Aber wie du willst Khalifa sein. Bruder. Komm mit mir, Bro. Komm mit mir. Wie der gerade umgefallen ist. Überarmung. Alter. Das nenne ich Balleroberung. Das ist Todesgrätsche nenne ich das. Kann neu, Kerle. Ja, doch, Kerle. Das war nur ein Ball gespielt. Ja, aber keine Verwarnung. Das? Sagen wir, was das war. Todesfaul. Du verarsch mich damit. Doch, ich bin ein Drogenjunk. Das ist ein Drogenjunk. Das ist ein Drogenjunk. Die Drogenjunk. Die Drogenjunk. Falsche Richtung. Man, der kann es einfach darum. Das sind beeindruckend. Sie spielen pass, um pass, um pass, um pass, um pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Nein. Bitte nicht. Oh, danke. Suck! Suck! Suckering Bundo! Alter! Das habe ich bei den Japanern gelernt. Ein Kampfschrei. Kannst du die nötige Stückchen Kraft in den Schuss reinlegen. Ist es gekehrt? Ja. Chiellini. Nein, nicht so. Tu's nicht. Jetzt bestell ich mein Freund. Nein! Oh! Elfmeter? Scheiße! Wie machst du das Ding weg? Ach du Scheiße, Alter. Gut, dass ich sehen will. Ich habe nicht gedacht, wie das Ding schießt. Du musst, glaube ich, auf den Rechtsraum drücken. Auf den Rechtssicht habe ich gedrückt, das ging nicht weg. Warte, ich gebe dir jetzt ein Eigentor, weil sonst ist es unfair. Ich gebe dir jetzt ein Eigentor. Ich gebe mir... Du weißt, was ich gesagt habe. Ich mache jetzt ein Eigentor, damit es... Guck mal, du kannst jubeln. Ja, Eigentor! Wie war ich? Warum jubelt jetzt Iguain und nicht der Tor? Alter, Mann, zu Gisch! Du wirst gleich ausgewechselt. Ja, Mann! Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Tektisch! Alter, der schnallt halt noch oben ins Latten Kreuz. Sehr komisch! Der hat nur Lucky Shots noch, der Hockey. Nur Lucky Punches. Okay. Boah, der war zu Kitsch! Der war knapp. Nein! Alter, verzogen! Alter, verzogen! Der geht nicht mal ins Tor aus! Normalerweise geht der immer rein. Bei völliger Ahnungslüre. Ja! Boah, der wäre reingegangen! Jawohl! Jetzt könnte es gefährlich werden! Na, was war das denn? Paul, gib Freistoß! Gib Freistoß! Gib Freistoß! Im Wort? Ich... Der Russe, der ist gekauft! Templiert und so! Alter! Hat er den vorher gehalten oder war der? Bin ich daheim? Und wir liken ihn. Ja, ja, schön. Mindestens hast du ein Tor. Ach, das war ja ein Tor. Ein Tor. Ich habe ein Tor geschafft! Jawohl! Geil! Gut, Gott sei Dank! Ciao! Das war eine knappe Angelegenheit. Ein enges Höschen, wie man so schön sagt. So, damit mache ich hier mal nen Cut. Demnächst werde ich auch nur einen zweiten Teil hiervon hochladen, denn der Flo und ich haben noch zwei weitere Partien gezockt. Und was da so abgegangen ist, seht ihr dann im nächsten Video. Also, hau da rein!